Basisbildung wirkt ist ein Projekt von ABZ Austria. In einem 15-wöchigen Kurs können sich Frauen und Mädchen ab einem Alter von 16 Jahren auf den Pflichtschulabschluss vorbereiten. Dabei werden sie von unseren Trainerinnen und Beraterinnen begleitet und unterstützt. In einer kleinen Gruppe mit bis zu fünf anderen Frauen erwerben sie die dafür erforderlichen Kenntnisse in Deutsch, Englisch und Mathematik. Außerdem erweitern sie ihre digitalen Fertigkeiten. Was erwartet sie im Einzelnen? In Deutsch trainieren sie das Schreiben und Lesen sowie das Sprechen und Verstehen. In Englisch lernen sie das Schreiben und Lesen sowie das Verstehen einfacher Sätze. In Mathematik geht es darum, die Grundrechnungsarten zu üben, einfache Textbeispiele zu lösen und die Mathematik im Alltag zu nutzen. Im Themenblock Digitale Fertigkeiten erfahren sie, was Sicherheit und Datenschutz im Internet bedeutet und sie lernen, wie sie das Smartphone und den Computer im Alltag einsetzen, E-Mails schreiben bzw. versenden und im und mit dem Internet lernen können. Während der gesamten Kurszeit werden sie von einer Beraterin individuell unterstützt. Bei persönlichen Themen, aber auch beim Lernen und bei Fragen, wie es nach dem Kurs weitergehen soll. Sie möchten mehr erfahren? Dann rufen sie uns an. Wir sind Montag bis Freitag zwischen 12 und 16 Uhr für sie erreichbar. Gerne können sie uns auch eine E-Mail schicken. Wir sind Montag bis Freitag zwischen 12 und 16 Uhr für sie erreichbar.